Im offiziellen Podcast zur Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, enthüllt Lars Pape, wie Michi über Lillys Unfall denkt. Nihat, Timur Ulker, erhebt schwere Vorwürfe gegen Michi, Lars Pape. In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, unterstellt er seinem quasi-Schwiegervater nicht nur, am Verlust von Lillys, ihres Mareike Stin, Kind verantwortlich zu sein. Er meint sogar, dass Michi sich das zweite Auto nur eingebildet hat. GZSZ-Podcast Mir Lars Pape und Olivia Marei Im offiziellen GZSZ-Podcast sprechen Schauspieler Lars Pape, Rolle Michi Bode und seine Kollegin Olivia Marei, Rolle Toni Ahrens, mit Moderatorin Lorraine Raa über den Dreh des Unfalls, sowie Michis und Nihats Gemütszustand. GZSZ Bei dieser Geschichte ist es ja schon so, dass es um etwas geht. Der eine bekommt unterstellt, dass er für den Tode des anderen verantwortlich ist, so Pape weiter. Das ist auch fordernd für Timur Ulker. Dass Nihat die Schuld jemand anderem gibt, der nichts dafür kann, ist auch nicht einfach zu spielen, erklärt er. Du fühlst dich ja trotzdem schuldig. Du bist das Auto gefahren, du hast einen Unfall gebaut, und bei diesem Unfall ist ein Kind ums Leben gekommen. Michi gehe es aktuell überhaupt nicht gut. Diese Schuld wirst du immer mit dir rumtragen, auch wenn du für den Auslöser nicht schuldig warst, aber trotzdem bist du das Auto gefahren. Michi steckt in einem totalen Konflikt, weil er das Auto gefahren hat, sich aber nicht den Schuh anziehen will, die Schuld zu tragen. GZSZ Nihat verrennt sich. Nihat fixiert sich so sehr auf diesen Wunsch, den Schuldigen zu finden, dass er dabei ganz vergisst zu trauern, und für seine Freundin da zu sein, ergänzt Olivia Mare. Außerdem hat er nicht einmal Beweise, sondern nur diese Vermutung. Und wenn er die weiter herum posaunt, bringt ihn das auch nicht weiter. GZSZ Verliert Nihat Lili? In der Serie hält ihre Toni Nihat inzwischen gewarnt. Lass es, sonst verlierst du Lili auch noch. Gib die Polizistin ihm zu bedenken, nachdem er das Essen anlässlich Lili's Beförderung zur Oberärztin gecrasht hat. GZSZ Vander